und somit herzlich willkommen bei the division hey agent christian bist du dabei ich bin dabei und freue mich schon ich bin richtig heiß gibt gas das ist schön das ist schön zu hören guck mal da sind die blöden schilder die sie immer mittragen hier selbstgemachte schilder kommen hier vorne also gehen wir weiter oder wir waren ja stehen geblieben bei der u-bahn leichenhalle schauen wir mal wie die mission endet und wann die endet warte mal da hinten ist einer sie stehen da hinten ist einer glaskasten ja dann müssen wir retten glaube ich stimmt wir sollen irgendeinen retten wir sollen erstmal runter bleibt du mal da oben bleibt du mal da oben du kannst mir schutz geben vielleicht oder müssen wir beide hier runter guck mal hier unten sollst du sollst glaube ich auch mit hier runter oder egal eigentlich irgendwas macht er doch scheiße was passiert jetzt auf roh des warten steht da neues ziel bleib du da oben da kommen jetzt welche da kommen welche und wo kommen die denn bleibt da oben hilf mir das jan bis oben ja alles klar hilfst mir die sind zwei gerade ja danke ja kaum sage ich und dann bist du schon da wie geil die schrotflinte ist mit dem visier noch besser ich glaube ich euch die nacht werde ich von der schrotflinte träumen rechts oben links oben kommen welche links so ja 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 habe ich gesehen was hast du gemacht hast du was schreiten das rum was auch von links kommt einer auf dich von links links oben hast du den da kommt noch eine das wird jetzt eng hier ja ich komme mal ich komme mal zu dir ich hänge da irgendwo fest geile waffe geile waffe weißt du was ich auch geil finde an der schrotflinte die lade die lade sehr schnell genau hinter dir wo sind wir wo sind wir hier gelandet wo ganz starker war ich bin tot ich bin tot du musst mir helfen wo bist du hier hinten kommen als hätte ich glaube ich komme ich komme bevor neue kommen schnell man 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 also ich das erste mal dass sie jetzt okay erste mal seit langem dass ich wiederbelebt wurde scheiße was war das war mal der kriegt auch von mir eine ich bin mir auch nicht weiter ich brenne voll war damit ich tue haftgranate auf ihn rauf okay ich habe eine haftgranate auf den rauf und dann ziehen wo bist du ich habe ihn erledigt die weg die weg die weg das platz hier gleich alles geh weg wow dankeschön machst du weg bist du weg nein ich bin noch da ich bin noch da ey was ist das für ein fetter ich habe ihn ich habe ihn seine ja er platzt platz nicht also der hat auf jeden fall noch er hat glaube ich eine gasflasche weniger hinten ich habe ihn erwischt was hat er geschossen ich kann gerade nicht gucken blaue flamme da hinten da den habe ich jetzt fertig also jetzt haben wir nur noch den fetten jetzt können wir uns auf den fetten konzentrieren wow bleib du da und ich hier kommt von beiden seiten da weiß ja nicht wurden wohin er drehen soll da schieß mal auf den dass er zu dir latscht komm jetzt jetzt musst du da jetzt bist du dran soll ich meine haftgranate auf ihn rauf machen jetzt muss ich kurz abhauen jetzt kommt er wieder zu mir jetzt bist du dran ja scheiße weg da weg da geh weg da was machst du ich bin in die falsche richtung gelaufen wow er lebt noch ja meine blöde maschinenpistole da äh mann 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 die muss immer laden geh mal runter was hat er verloren über einen losrennen ist das über die volle boah der hat sehr viele sachen verloren da ist auch nochmal was blaues hier eine schöne jacke dabei können sie mir nicht helfen also verschwinden sie ich komme später nach hörst du was er sagt das reicht für's erste ja wir können ihnen nicht helfen wir sollen schon mal gehen er kommt nach was labert denn der da haben wir gesehen wer wen rettet äh zwölf meter den auszug aufzug betreten okay ich glaub da hinten war der aufzug ich hab da so einen kleinen raum gesehen drin fisch geh mal wieder runter komm mal wieder runter warum treppe runter treppe runter und dann nach rechts ach da ist ein aufzug wollen wir getrennt fahren oh scheiße die tür geht schon zu halt ne will er mich verarschen hey bei dir auch oder wie geil ey ja ich fahr jetzt fahr jetzt fahr ich hoch ey man das gibt's doch nicht ey ich hab Angst was war das jetzt ja herrlich so fertig fertigkeiten mods da kann ich so lange noch mal einen schluck nehmen wir sind draußen ja danke danke dass du mich erinnerst geil level 9 wie kurz davor deswegen der ingenieur ich hab ne trofee gekriegt du bestimmt auch gleich oder nein ich hab äh ich hab noch nicht ganz äh äh level 9 mir fehlen noch ein paar punkte ey guck mal nach oben wie geil das aussieht bedürftig ja komm ey ich geb dir was sie sind wie ein engel ja du bist du bist auch was wie ein engel was durch das das tut ja was gegeben hast habe ich ein paar ep punkte gekriegt ich bekommen äh christian ähm jetzt schauen wir mal guck mal äh da vorne war ein safe house das können wir jetzt mal freischalten oder also los dann gehen wir mal da sind sogar zwei zwei nebeneinander wie geht denn das warte mal das eine ist nur ein safe house ja ich hab's markiert darauf gleich gibt's wieder gefecht oh oh ja also ich hab meine schrotflinte keine angst hm ich bin ich bin voll geil auf die schrotflinte ey na am anfang hast gejammert oh ne schrotflinte ist nicht meins komm her hier ist was komm her hier ist ein agenten den wir finden können nochmal ja aber hier ist ja gut ok level 9 bis 12 ah du bist ja schon 9 ne ja ja also zu zweit würden wir es schon schaffen richtung in der richtung soll irgendwo ein agent zu finden sein kommst mit ja und hier ist er schon es ladet gerade ladet gerade ladet gerade weiter nach vorne vorsicht 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 vor dir ja ja ich weiß wow 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 das war knapp was ist das denn jetzt warum bin ich kaputt ich bin tot christian hau ab hau ab hau ab hau ab geh weg geh einfach weg ich komm zu dir dann danke 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 jetzt hat es mich erwischt kannst du mir kommen ja ich versuch's ich hab ein gut bei dir ne oder ja danke ja danke kommt einer von rechts jetzt pass auf mein 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 bei mir ist bald vorbei jetzt 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 ich bin da ich bin da ich bin da komm duck dich duck dich duck dich die sind voll gefährlich ey der platz gleich der platz gleich da ist nur noch einer glaube ich der platz auch gleich super christian super ey aber merkst du wie schwer das jetzt auf einmal wird die sind ja nur level 9 jetzt ne ja ich merk's ey also weiter oh da kommt noch einer pass auf pass auf pass auf ich weiß ich weiß ich weiß ich will ich will den ich will den scheiß agenten finden man oh nein zu widerwischt warte kurz christian kannst du in meine richtung kannst du nicht kommen oder ich komm dir entgegen ich bin sowieso platt ich weiß nicht ob ich schaffe auf den bordstein lang musst du mal kommen ja ich seh dich ja aber das wird knapp das wird richtig knapp komm mal geh mal auf den bordstein weil auf die straße kann ich nicht kommen ja ich bin auf dem bordstein ja genau komm 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 warte jetzt hau gleich abhau gleich nach hinten ab und wenn du dich heilen musst dann machst bei mir ich hab keine Energie mehr ja dann komm her ich kann grad warte mal das kann grad nicht es kann sein dass du mich grad gleich beleben musst ich habe keine Energie mehr ok Danke das war eine kleine spritze oder platz gleich und denn die anderen auch noch mit der idiot ja den wollte ich haben ja guck mal da oben ist der agent da unten meinte ich oder ja noch ein paar sachen von den jungs hier munition und so ja guck mal ich gucke mich mal hier unten um wo bin ich denn jetzt hier wo bist du da unten ja ja ich bin hier irgendwo sollte agent sein oder garage hier unten ist irgendwas was wir finden sollen oder bin ich falsch hier ich habe keine ahnung wo du hin musst bei mir sehe ich da 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 hier 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 guck mal das ladet jetzt das ladet jetzt und dann müssen wir gucken wie wohin das pfeil zeigt richtung ausgang oder ist gar kein ausgang hast du schon mal gemerkt dass du dich wieder ablenken lässt lassen wir wollten eigentlich im safehaus noch ja das das mache ich jedes mal in jedem let's play mache ich das aber ich habe ihn guck mal wir sind fertig ja warum kommt da nix doch ich habe ihn jetzt wir haben ep punkte kriegt erfahrungspunkte du kannst hier drin noch mal was sammeln und dann gehen wir wieder raus guck mal bin da aber nix wow wow nee doch nicht wow was ist denn das naja ich dachte mehrere sachen das war gut waffenteile komm mal zu mir wo bist denn du wo bist denn du hingegangen ey aber hier gibt es schon viele sachen geh mal da rein und geh mal links ja links rein und dann nochmal links so und jetzt mach dein geschäft ich warte draußen auf dich oh das ist kein schöner tot ich sag dir du sollst dein geschäft machen toll ne ne das mach ich zuhause ich bin ein heimscheißer ok komm wir gehen jetzt zum safehaus ich lass mich jetzt nicht mehr ablenken was lachst du denn du schon wieder wegen dem heimscheißer äh ich glaub der durchfall komm ich geb ihr mal bisschen wasser das bekommen sie zehnfach zurück na ich hoffe es jetzt gehen wir zum safehaus ja 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 das war jetzt etwas schwieriger gegen dich zu kämpfen aber zu zweit ist es einfacher auf jeden fall ja oh da sind welche da sind welche ich hasse die absolut echt naja die sind auch nicht so einfach Level 9 das sind Level 9 Typen was hat denn da geplatzt der hat doch keine Gasflasche gehabt bei sich keine Ahnung hast du ein Explosivgeschoss verwendet das kann sein oder die hatten irgendwas bei sich weil das passiert oft so da haben wir gleich ein safehaus übernommen waren wir nicht mal hier ich glaub wir waren doch schon mal hier ich glaub ich ich kenn das safehaus genieß es das ist richtig cool nee es ist nicht das nee nee es ist ein anderes ok ich hatte mal ein richtig cooles safehaus gefunden betreten eines sicheren Bereichs ok willst du irgendwie dein Inventar leeren und was verkaufen äh Moment wir schauen ich glaub ich sollte ja Moment warte mal ich hab da noch eine andere andere Schrotflinte bekommen super 90 ihr habt doch richtig geile Waffen bekommen weiß man ja nicht was man verkaufen soll hm allzweckschoner hm brauche ich das ich hab grad irgendwie die Peilung verloren ich hab grad irgendwie die Peilung verloren muss denn hin da muss ich hin nein was hab ich denn da gekriegt hey so das reicht ich hab ne MP7 ich hab ne FAL oder 4 Classic RPK 74 was sind das für Waffen hey ja ich bin voll neidisch hey die will ich auch haben naja krass das ist echt nice ist ja auch schön für mich also wenn du gute Waffen hast kannst du mich ja auch schützen ne finde ich echt gut ähm ich geh hier wieder raus ich halt's hier nicht aus in der Bude ich fühl mich sicherer wenn ich meine Waffe in der Hand hab ja ich mach das in unserer Basis nachher ich geh mal jetzt äh in die Karte jetzt müssten wir hier warte 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 was hast du gemeint ich hab die nicht verstanden wie weit wir mit der Aufnahme sind ja wir haben noch wir haben noch ein bisschen äh die Frage ist was machen wir da ist noch ne grüne Mission in der Nähe aber 9 bis 12 ne äh keine Ahnung lass mich noch kurz meine Munition auffüllen hab ich grad gemerkt hab ich ganz vergessen ja mach das mal schnell ich guck mal was wir machen können da ist ne Mission 5 bis 9 die können wir machen ich glaub da draußen ist jemand 5 bis 9 ey Kassian traust du dich das zu? 5 bis 9? eine große Mission ist das aber warte mal lass mich mal sehen was für eine wir schaffen wir das in 10 Minuten weiß ich nicht wahrscheinlich nicht äh welche meinst du? da machen wir die kleine komm machen wir die kleine und dann machen wir später die große äh das ist da oben die grüne Broadway Warenhaus da machen wir eine kleine komm äh direkt da in der Nähe ist auch eine ähm Geiselrettung markier sie einfach ja hab ich jetzt gemacht komm mit ok ok was will denn der Köter von dir? mir doch nicht der hat dich gemeint nein 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 der hat dich gemeint wir sind bald wieder drin was geht denn hier ab? na das sind Truppen von uns was macht denn der? ich krieg's nicht auf hey guck mal der will der will den Auto knacken guck mal guck mal was er macht ich krieg's nicht auf sagt er eigentlich sollen sie uns doch helfen ha 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 safe house gesperrt also hier ist das safe house gesperrt müssen wir mal freischalten hm kommt noch kommt noch yes auch immer dieses rumgelaufen so viele Autos und wir können nichts nehmen ja kannst sowieso nicht weit fahren bei dem ganzen gerümpel hier hey da hinten sind welche da hinten sind mehrere so ich kieh auf er schießt sie alle oh die sind ja alle Level 9 darum sterben die auch nicht wenn ich schieße dann muss ich halt zur andere Waffe greifen das gibt's doch nicht man wird immer aufgehalten wenn man woanders hin will eigentlich oh ich hab Stufe 9 echt? cool cool ey 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 sorry sorry ich bin gegen mein Mikrofon geknallt wow 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 bam habt ihr den Arsch gerettet mein Freund ich hatte ich hatte keinerlei Probleme ja ja du hattest alles unter Kontrolle ne richtig oh je weißt ja die Hoffnung stirbt zuletzt ja man Warnung Feindpräsenz entdeckt so jetzt sind wir da Achtung 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 wir sollen wir sollen ne Geisel retten was ist das für ne Statue ja aber ey das ist aber hier richtig nein ich will hier nur ne Telefonaufzeichnung klauen oder nehmen jetzt kommen wir wieder raus ich weiß es mein Schatz schon lange und es ist okay da vorne ist die Gefahr da vorne ist die Gefahr oh Flammenwerfer wieder aber so das Platz gleich das Platz gleich wow beide in die Luft richtig geil du musst aufeinander aufpassen ich liebe dich René ruf mich wieder an ich liebe dich René wow 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 scheiße hast gesehen wie ich hin und her sprenge ja ja Achtung Achtung ja da mach ich nen Kopfschuss jetzt den hab ich im Visier da hinten ist einer drin oh mein meine scheiß Waffe immer komm laden mal nach Feindpräsenz entdeckt da auch mal nachladen hallo nachladen und auch in der Tür drin da im Häus ja ich wollte mal das mein mein scheiß Waffe geladen wird hat es aber nicht gemacht wow wo kommt die alle her ey ich werfe ne Granate rein du bist weg du bist weg nein 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 nimm den mal links ja ich kümmere mich um die die drin sind ey der linke schießt auf mich stopf ihm mal sein Maul äh Christian hinter dir ist einer hinter dir hinter dir ja der genau der boah ey boah guck mal ich hab zwei ich hab's erwischt ich komm zu dir bleib da wo du bist ja komm mal her wenn er dich überhaupt in Ruhe lässt ja der mich lässt er jetzt in Ruhe aber dich nicht ja sind alle fertig ich brauch dich eigentlich gar nicht mehr beleben ich hab alles unter Kontrolle ja nicht nur du kannst es angeben da hast du noch mal was zum verkaufen erzähl erzähl Kollege erzähl ich bin sprachlos tja ey komm her komm her komm her hier kann man irgendwas öffnen ja du musst den Schlüssel finden hier ist schon der Schlüssel ja dann komm her zu mir dann kannst du aufschließen warte 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 ja hier bin ich ja ist dann die Tür hinter mir die blaue Tür oder was ist das ja ich hab erstmal erste Hilfe aufgefüllt so jetzt komm mal raus das war schrecklich ich muss so schnell wie möglich hier weg ja dann geh raus komm ne Ratte war auch wieder drin ja geh mal raus ich oh da kommt noch einer raus hier ist bestimmt irgendwas mitzunehmen irgendwas zu dort nehmen da da ist doch was hey nimm es doch äh trekking handschuhe naja zum verkaufen kann ich es nehmen ja alles klar ich bin hier fertig ich auch gleich ich bin hier fertig wo geht es denn raus da lang oh ne das ist falsch äh oh ne wieder falsch sag mal ja ich guck mal alter da gibts ja die Mission haben wir schon äh äh unerforscht das ist straßensperre alter guck mal wie groß wie groß die wie groß die Karte ist verdammt nochmal boah okay okay alles klar okay Christian es ist wieder soweit äh war schön war schön mit dir in New York zu retten naja gerettet haben wir es noch nicht aber so ein Stück Stückchen haben wir mal damit angefangen ne ja wir haben schon mal angefangen und das macht riesen Spaß ey ich sag's nur das das Spiel macht riesen riesen Spaß ich will gar nicht aufhören ich könnte zehn Stunden durchspielen aber das geht nicht wir haben ja noch ein anderes Leben außer das Spielen ne ähm so sieht's aus Christian ich danke dir für die Unterstützung und ich danke dir auch ja danke und ähm ich danke auch denen die zugucken und ich hoffe ihr seid nächstes Mal auch dabei tja das war's dann also von mir auch ein Tschüss